Hey Achi, hat dir jemand schon mal gesagt, dass du aussiehst wie Drake? Was? Hat dir jemand schon mal gesagt, dass du aussiehst wie Drake? Ja. Wer denn? Drake. Was? Drake, Drake. Drake hat gesagt, du siehst aus wie Drake. Ja. Drake hat mir gesagt, du siehst wie Drake. Und ich meinte, du siehst wie Achi. Achi, Drake. Was ist das für eine Scheiße? Was ist das für eine Scheiße, Mann? Von wo willst du ihn überhaupt kennen? Ich kenn ihn von, er hat ein Lied für Yusuf gemacht. Er hat ein Lied für Yusuf gemacht? Yusuf, er hat ein Lied für Yusuf gemacht. Ein Lied für Yusuf? Yusuf, ja. Yusuf, just call me on my cell phone. Was ist das für eine Scheiße, Alter? Warum machst du so eine Scheiße, Alter? Was ist das für eine Scheiße, Mann? Ich will doch nur Halloween. Was ist das für ein Ernst, Mann? Was ist das für ein Ernst, Mann? Hau mal auf damit, Mann. Hau doch auf, Alter. Letztes Mal auch, du sagst über Flugzeug, man kann McDonalds bestellen. Warst du nicht da gewesen? Wo war ich da gewesen? Bei dem Film? Welchen Film? Zurück in die Sucuk? Zurück in die... Was? Zurück in die Sucuk. Zurück in die Zukunft. Sucuk, Sucuk. Er heißt Fatih McFly. Fatih McFly. Fatih McFly. Er heißt Marty McFly. Fatih McFly heißt der. Weil McFly ist... Ich kann dir erklären, warum. Oben, es gibt doch McDrive. Ja. Und dann gibt es McFly, weil die holen immer oben Essen. Dann quatsch mal nicht so eine Scheiße. Was ist eine Scheiße, Mann? Ja, und Nokia ist nicht von Türken. Ist von Türken. Türke hat gekauft. Er hat andere Namen jetzt aber gemacht. Was ist dein Name? Yokya. Yokya? Was für eine Scheiße, Mann? Geh mal, geh mal. Geh du doch.